Servus Leute, Franco hier mit einem weiteren Total Warmer 2 Online Battle. Wenn ihr den Inhalt dieses Kanals feiert, dann wäre es cool, wenn ihr euch den Schädel rasieren könntet und auf die Flanken eures Kopfes Franco-TV tätowieren könntet, denn damit würde dir echt helfen, die gute Botschaft dieses Kanals zu verbreiten. Und wie ihr seht, gehen wir heute mit dem Imperium in die Schlacht und haben einen relativ herrnkampflassigen Build dabei. Wir kämpfen gegen die Echsenmenschen und haben drei Einheiten dieser Armbrustschützen hier. Die Sauruskrieger haben ja eine geringe Rüstung und auch viele andere Einheiten der Echsenmenschen haben auch eine nicht so besonders starke Rüstung. Da müssten diese Armbrustschützen eigentlich ganz gut dagegen funktionieren, gerade gegen die Sauruskrieger, die sich hier in der Frontlinie so ein bisschen auffangen sollen. Und gegen die Speerträger kämpfen sollen, die von zwei Hauptmännern des Imperiums unterstützt werden, die auch jeweils die Fähigkeit haltete Linie dabei haben. In der sekundären Linie befinden sich noch zwei Bi-Hand-Kämpfe des Imperiums, die sind auf jeden Fall in der Lage, Sauruskrieger zu vernichten. Auch im One-on-One können sie das schaffen, aber sie sind halt auch teurer als die Sauruse, deswegen hat sie nur zwei dabei. Und wir haben hinten nochmal eine Einheit Speerträger hier auf der rechten und eine auf der linken Flanke zusammen mit den Demigreifen und den Ritter des Imperiums, die eingreifen können. Und den Hexen haben wir, so wie die Silberkugeln hier noch beschützen können. Und außerdem ist noch Balthasar-Geld dabei mit der Arkanen-Kanalisierung und dem Stab des Volans sowie der finalen Transmutation. Nachdem die Echsen ja höchstwahrscheinlich Monster, große, gefährliche Monster bringen, ist diese finale Transmutation gerade gegen die Echsenmenschen echt eine gute Sache, weil ihr mit der ja gerade so einzelne Modelle gut fertig machen könnt. Und wenn der Echsenmenschen-Krieger, äh, der Echsenmenschen-Spieler seine beiden Kanusaurer hier benutzt, um mit einem gebündelten Schlag durch die Infanterie-Reihen des Imperiums zu brechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass beide gleichzeitig von diesem Radius getroffen werden. Er hat noch Master Mundi dabei, ähm, mit allen möglichen Zaubersprüchen, im Netz von Amintok, ähm, dann hat er noch den Komet von Cassandora, die Arcane-Aufhebung, und das war's. Ich würde euch empfehlen, ähm, auch diese heilende Fähigkeit mitzubringen, euch nicht ausschließlich auf die, ähm, auf dieses Kaltblütige, auf die Kaltblütige-Fähigkeit eurer Offiziere verlassen, ähm, zu verlassen, denn, ja, Master Mundi ist immer so ein, so ein Magnet für Fernkampffeuer und hat eine relativ, ähm, hohe Regenerations, ähm, ein Regenerationspool von fast nochmal seinem eigentlichen HP, kann 4000 HP regenerieren, deswegen ist es auf jeden Fall gut, äh, viel, äh, Heilzauber für Master Mundi dabei zu haben, weil der wird definitiv Schaden nehmen. Dann hat er hier nochmal, ähm, eine Einheit Tempelwächter und eine Frontlinie aus Staurussen sowie zwei Einheiten Peradon-Reitern und hier hinten nochmal zwei Einheiten versteckte Chameleon-Skings, ne, normale Skinkblänkler im Wald versteckt. Also sehr, sehr, ähm, ähm, gerissen und verschlagen, mein Gegner. Äh, und ich würde sagen, wir treten mal den zweiten Gang rein und gucken, wie die Schlacht sich so entfaltet. Mein Gegner versucht jetzt hier, um die rechte Flanke rumzukommen mit den Peradon-Reitern und, äh, von hier aus so ein bisschen leicht gepanzerte Ziele anzugreifen, wie zum Beispiel die, ähm, Armbrüste, etc. Aber wir bringen natürlich unsere Fernkämpfer schon mal in Position, um die beiden Jungs jetzt unter Beschuss zu nehmen. Also wir kommen mit den... Armbrüsten und allen hier halt rüber. Mit dem Hexenhammer beschießen wir in der Zwischenzeit Master Mundi, der ist das beste Ziel für uns hier. Er kann den Schüssen nicht ausweichen aufgrund seiner, ähm, geringen Geschwindigkeit. Und er wird, äh, durch den Hexenhammer immensen Schaden nehmen. Und wir sehen schon hier, schaut mal, er ist schon fast bei der Hälfte seiner HP runter. Und, ähm, es tut schon arg weh. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn er ihn massiv hochheilen könnte. Ähm, der Infanteriekampf beginnt jetzt. Die ersten Salven der, ähm, Armbrüste Schützen gehen schon rein. Hier wäre es natürlich jetzt gut, wenn wir, ähm, unsere Armbrüste Schützen noch wirklich, äh, hier in den Infanteriekampf rein, ähm, fokussieren lassen würden, denn, äh, wenn jetzt nur dieser Infanteriekampf gegen die Speere hier stattfindet, ohne dass das Pfeilfeuer hier reingeht, dann, ähm, haben wir jetzt eigentlich keinen wirklichen Mehrwert, dadurch, dass die Speere hier die Saurisse aufhalten, weil die Saurisse machen die natürlich richtig fertig. Die werden denen, die werden denen wirklich übel, den Arsch fast holen in ihren engen Höschen da. Also die Saurisse sind natürlich eine wesentlich überlegene Infanterie. Hier kommt mein Gegner jetzt, ähm, mit seinen Terradon-Reitern rüber. Wir haben allerdings schon mal so ein bisschen unsere Kavallerie hier platziert, weil, ähm, mir schon klar war, dass er mit den Terradons natürlich hier irgendwo auf irgendeiner Fernkampfeinheit landen will. Und, äh, wir sehen schon diese, diese Ritter des Imperiums. Ist übrigens keine Reichskarte, Entschuldigung, das ist ein Ritter des Imperiums. Die machen, ähm, gegen so Einheiten wie die Terradon-Reiter natürlich guten Schaden, ähm, was hauptsächlich an ihrer geringen Rüstung liegt. Und was da noch hinzukommt, ist, dass die, äh, eine sehr geringe Nahkampfabwehr von 22 haben. Und die, ähm, Ritter des Imperiums haben für eine Kavallerie eigentlich eine relativ... geringe Nahkampfangriff. Aber, wie gesagt, dadurch, dass die auch keine besonders tolle Abwehr haben, geht da trotzdem richtig viele Attacken durch. Und wenn da noch das Fernkampfeuer der, ähm, Silberkugeln hier reinkommt in den Rücken, dann heißt das natürlich, äh, bye-bye für diese Terradons. Die werden da in Nullkommunix zerschnetzelt. Ähm, also warten, wurden jetzt hier nicht so besonders effektiv eingesetzt. Hier in der, in der Frontlinie ist mein Gegner mit einem seiner Kano-Saurier hier rechts um die Flanke rumgekommen und versucht sich hier an den, ähm, köstlichen Bogenschützen zu laben. Ähm, er wird allerdings, äh, natürlich sofort von den Demigreifen hier, sowie auch den Bihan-Kämpfern abgefangen, durch die er hier durchgebrochen ist. Ähm, äh, und wir ziehen natürlich sofort unsere Bogenschützen hier in alle Himmelsrichtungen zurück, sodass er immer nur eine Einheit verfolgen kann. Und die anderen Einheiten werden gleichzeitig andere Ziele befeuern können, also fokussieren können. Demigreifen verfolgen ihn natürlich. Aber der Kano-Saurier, der tut natürlich hier schon weh, trotzdem, der wird sich da seit einigen unserer Arm-Russ-Schützen snacken. Ich meine, zum Glück kosten die auch nur 500. Kann man ein paar Verluste vertragen. Hier sehen wir jetzt, da ist die erste Einheit Sperre bereits gebrochen. Ähm, hier kommen natürlich sofort die Bihan-Kämpfer rein. Äh, und hier drüben hat mein Gegner jetzt ein kleines Problem, denn so ein wilder Kano-Saurier ist, ähm, bereits, ähm, ähm, äh, in Raserei und er hat keine Kontrolle mehr über ihn. Das heißt, wir können ihn jetzt hier wunderbar gegen unsere Demigreifen und Sperre kämpfen lassen. Wir sehen hier, in der Frontlinie sieht es natürlich schlecht aus für unsere Sperre. Aber guckt mal her, der Schaden, den diese Saurisse genommen haben, der hier ist gerade bei 4-4-4-Schaden. 4-4-4-4-Schaden, äh, das hat sich schon trotzdem ganz gut rentiert, dass wir hier das ständig mit den Bogenschützen reinfeuern konnten. Die sind natürlich jetzt ein leichtes Ziel für unsere Bihan-Kämpfer, die die ja in einem 1-on-1 schon fertig machen können und bei so einem geschwächten Regiment ist es natürlich kein Problem für die. Äh, auf der Seite hier hat mein Gegner mittlerweile seine Skinkplankler hier versucht, ähm, auf meine Bogenschützen zu kommen. Aber auch hier wieder die Ritter des Imperiums sind natürlich gegen solche Einheiten wie dieses Skinkplankler wunderbar geeignet. Die hauen denen, die hauen denen die Schuppen von den Augen und, ähm, machen sie mit ihrer geringen Rüstung gut fertig. Haben auch nur eine Nahkampfabwehr von 14. Also gegen solche Einheiten sind natürlich dieses Ritter des Imperiums super. Gerade auch mit ihrer hohen Rüstung äh, sind die auf jeden Fall ihr Geld, finde ich, schon wert, auch wenn sie jetzt nicht so die stärkste Kavalier sind. Ähm, die können auf jeden Fall gut zu Bogenschützen platt machen. Äh, gegen die meisten anderen Ziele sind sie allerdings nicht so besonders toll. Also mit denen muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde es euch auch nicht empfehlen, wenn ihr neu im Spiel seid, dass ihr dann die Ritter des Imperiums nehmt, äh, weil wenn man mit denen, ähm, auch nur einen Fehler macht, dann hat man die schnell, äh, los. Die sind zwar auch nicht so arg teuer, aber trotzdem 850 ist schon, schon eine Investition dennoch. Und deswegen nehmt die auf jeden Fall nur gegen Fernkämpfer oder zieht sie nach einem Angriff sofort wieder raus. Äh, aber lasst die auf gar keinen Fall in langgezogenen, äh, kämpfen. Decken die Jungs. Ähm. Hier, das habe ich jetzt vergessen. Ah, verdammt, das haben wir jetzt verpasst. Da hat Master Mundi nochmal einen Verzweiflungszauber auf die Kanone hier gecastet. Würde ich euch allerdings nicht empfehlen. Also ihr habt natürlich jetzt gemerkt, er nimmt da eine Menge Schaden von der Kanone. Und, ähm, hat deswegen diesen Komet von Kassandora auf die Kanone gecastet. Ist aber meiner Meinung nach keine so besonders tolle Idee. Denn, äh, dieser Komet von Kassandora ist eher gut geeignet gegen so, ähm, Truppen wie Elite-Infantrie, also sehr teure Infantrie, weil er da den meisten Schaden macht. Bei diesen, äh, Kanonen zum Beispiel kann er immer nur drei Einheiten treffen und eben die Crew, also die drei Kanonen jeweils. Und da nehmen sie einfach nicht so viel Schaden, äh, von dem Kometen. Also alles so Trolle, so Einheiten wie Trolle, Demigreifen, auch normale Kavallerie. Nicht unbedingt mit dem Komet von Kassandora anvisieren. Besser ist es, so Elite-Infantrie damit so anzuvisieren. Aber wir sehen schon hier, der, ähm, der Hornnacken hier, der Saurus-Hornnacken, ist natürlich jetzt umzingelt, was natürlich sehr ungesund für seine Moral ist. Und er befindet sich auf der Flucht, was gut für uns ist, denn jetzt können wir hier eine Einheit Sperre oder irgendwas, oder am besten die Kavallerie hier, hinter ihm herschicken und ihn vom Schlachtfeld vertreiben. Ähm, sein Saurus-Hornnacken hier auf der anderen Seite, beziehungsweise sein wilder Kanosaurier, der, ähm, macht fast einen besseren Job aufgrund seiner Raserei. Er hat hier natürlich jetzt durch Zufall das perfekte Ziel gefunden, nämlich die Silberkugeln hier. Dieses Demigreifen müssen die jetzt, äh, natürlich von da vertreiben, aber die machen ihn natürlich heftig platt. Und wir gucken mal, wie es Master Mundi so geht. Äh, der hat jetzt eine Zeit lang eine Pause gehabt von dem Beschuss des Hexenhammers. Und, äh, konnte er auch ein bisschen HP wieder hochheilen. Wir können ja mal gerade kurz schauen, wie viel er bereits hochgeheilt hat. Ähm, er hat erst 1000 hochgeheilt. Ähm, da ist noch viel Platz nach oben. Äh, ich würde auf jeden Fall nochmal ein paar Heilsprüche mitnehmen, wenn ihr Master Mundi oder auch anderes Lans bringt. Immer gucken, dass man, wenn es geht, eine Heilung hat, außer dieses, abgesehen von den, äh, kaltblütigen, kaltblutzaubern da. Und hier in der Frontlinie sehen wir jetzt momentan noch die, ähm, Hauptmänner hier. Die anker noch so ein bisschen die, ähm, Frontlinie. Und, äh, die Vierhandkämpfer sind hier jetzt reingekommen. Einheit siegt klar momentan. Also diesen, mit der Unterstützung von dem Hauptmann und den Speeren hier, natürlich ohne weiteres in der Lage, so eine Einheit angeschlagene Schaurose platt zu hauen. Und, ähm, da, ich weiß gar nicht, ob er einen Gegner aufgegeben hat oder ob er, ähm, Armeeverluste erlitten hat, aber, wenn wir uns mal die Kills hier in seiner Armee anschauen, dann sehen wir, ähm, er hat es leider nicht so ganz hinbekommen, seine, seine Einheiten, abgesehen von seiner, von seiner Frontlinie, ähm, effektiv einzusetzen. Er hat die, Havadon leider so ein bisschen geopfert. Den hätte er vielleicht eher noch so ein bisschen auf Balthasar feuern sollen oder so in der Luft oder Balthasar in der Luft angreifen, äh, und vielleicht ein bisschen mehr Micro reinstecken sollen. Ähm, auch die anderen Skinkplankler wurden eben von den Rittern des Imperiums umgehauen, die auch schon 122 Kills gesammelt haben. Ähm, die Tempelwächter, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht genau, was mit denen, warum die so wenig Kills gemacht haben. Habe ich jetzt gar nicht mehr so groß drauf geachtet auch. Ähm, die verwechsel ich auch eh leicht mit anderer Infanterie. Erstens, weil es eben eine Infanterieeinheit ist, die haben die gleichen, haben so die gleiche, ja, das gleiche Auftreten wie Sauroskrieger und ihr Flackensymbol schaut auch sehr ähnlich aus. Da müsst ihr echt drauf aufpassen, dass ihr die Tempelwächter nicht mit Saurosen verwechselt und immer im Blick behalten, wo die sind. Das muss ich mir auch mal selber hinter die Löffel schreiben. Äh, und er hat leider auch seine, seine beiden großen Saurier nicht so optimal einsetzen können, was auch ein bisschen daran lag, dass er keine so besonders tollen Ziele hatte für sie. Er hatte halt nur diese Bogenschützen als Ziele oder die Kanone, aber ansonsten hatten wir jetzt nicht irgendwie, ähm, Karl Franz oder, oder, ähm, Boris Todbringer dabei, mit denen, mit, äh, die er mit denen eben richtig fertig machen hätte können. Naja, ich würde sagen, ich habe genug gelabert. Ich bedanke mich bei euch echt fürs Zuschauen, freut mich jedes Mal wieder und, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!